Frühe Volker fängt die Omen an! Ja grüß dich, Elia Moinsen! Und meine Frau ist aber jetzt so wie alle Frauen, die mag allerweil einkaufen. Und ich mag allerweil nicht. Das war dieses History Maker Pack. Das kriegt man nur, wenn man an der Konsole reingeht. Okay, das wusste ich nicht. Das ist das, was ich bei irgendjemandem gesehen habe. Ist das gut oder ist das Scam? Das sind ja bloß irgendwelche alten Coppen hier. Okay, los. Mach mal das Mystery Maker Pack auf. Oh, coole Animation. Und einen absoluten Superstar hergezogen. Mann, Mann, Mann. Das ist ja ein cooles Pack. Niki, das kann ich nochmal aufstellen und mach jetzt nochmal das Prime Gaming Pack auf. Komm. Das muss jetzt besser klappen. X. Gott. Wieder Müll. Mensch. Das klappt überhaupt nicht. Du auch nicht. Duftet. Duftet. Schlafanzug. Jetzt geht's ab. Oskar, los, zieh mal eine schöne Icon. Warte, das muss man hier drücken. So. Und X. Hier. Gibt alles. Mach mal. Mach euch gerne. Hele. Blanc. Zidane. Fiera. Bist du okay? Guuuut. Stark. Hätte durchaus schlecht gekonnt können. Der ist ja sogar eher für die Startelf. Oha. Oskar. Kann der was? Kann der was? Hier wird da was? Was? Top! Oh Gott. Das nicht. Ein Dot. Kimmich, Oskar. Welche Nummer? Trotzdem okay, das Pack. Das ist okay. Icon Vieira. Ach. Keine Special Cards oder was? Neymar? Marquinhos? Okay. Trä-vi-da. Was von Dynamo bekommt? Immer cool. Okay, eine Special Cards. Ronaldo? Passt. Sascha mal zwei Spiele. Ah! Was ist das hier? Müll. Kein. Schon wieder Lörres. Kommt nicht. Spanien. Will ich gar nicht sehen. Hm. Könnte ja meine Special Cards kommen. Kommt aber nicht. Kommt gar nicht. Eine Cards total überbewertet. Zieht hier kein Mensch. Hier. Mares. Was ist das denn? Nach Vieira hast du wohl direkt aufgegeben. Tu mal Geschenke. Tu mal Geschenke jetzt hier. Ja. Ja. Sieht wirklich stark aus. Eine Gürteltasche? Von Dynamo? Gürteltasche? Mit einem... Elbe Park Gutschein? Immer gut? Ja, genau. Kann man einkaufen? Ja. Was ist das hier? Was ist ein Tuch? Jan. Guck mal, der hat fast dasselbe wie du. Der weiß ich ja jetzt nicht. Was ist denn das? Papa. Ulm Freak 44. Handyhülle. Hab ihr denn es? In Ulm, 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 Ulm. Und du? Oh, du? I had to learn how to speak. When we first met. I will never forget. Oscars Eleven. Danke dir für deinen Raid. Aber wenn man richtig ausgeschlagen ist... Genau. Bitte. Bis zum nächsten Mal.